Meiers Keller war eine ehemalige Brauerei. Deshalb haben wir wunderschöne Keller, wo aktuell auch unser spezieller Schinken reifen kann. Das Nördlinger Ries war einmal Kornkammer Bayerns und mein Traum wäre immer, dass man diese Region mehr schmeckbar machen könnte. Wir beziehen die Lebensmittel aus der Region. Unsere Speisen leben von der Produktqualität und setzen das Ganze dann zu kreativen Gerichten um. Wir nehmen Tradition auf und bringen es in die heutige Zeit. Man wüsst jetzt nicht, was man mehr liegen würde, als Gastronom zu sein.